Parteinahe Stiftung sind den politischen Parteien in Deutschland nahestehende Institutionen zum Zweck der politischen Bildung, die aber aus rechtlichen Gründen von den ihnen nahestehenden politischen Parteien getrennt sind. Jede der im Bundestag vertretenen Parteien arbeitet mit einer ihrer politischen Grundsätze vertretenen Stiftung zusammen. Dass eine Stiftung die politischen Grundsätze einer Partei bzw. einer politischen Bewegung vertritt, bedeutet dabei auch, dass jede dieser Stiftungen für die politischen Grundsätze und Ansichten dieser Partei mehr oder weniger direkt wirbt. Jede politische Stiftung unterhält das Archiv der ihr nahestehenden Partei. Finanzierung Finanziert werden die politischen Stiftungen hauptsächlich durch Mittel des Bundesministeriums des Innern, des Auswärtigen Amtes, des Bundesumweltministeriums, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die Bundesmittel, die den parteinnahen Stiftungen überwiesen werden, erreichen jährlich dreistellige Millionenbeträge und weisen in den letzten Jahren eine stark steigende Tendenz auf. So stiegen die Zuwendungen des Bundes an die politischen Stiftungen von 295 Millionen Euro im Jahr 2000 um 43,5% auf 423,2 Millionen Euro im Jahr 2011. Von 2005 bis 2014 stiegen die Etats insgesamt um fast 50%. Als offizielle Aufgaben parteinnahe Stiftungen werden vor allem die politische Bildung der Bevölkerung im In- und Ausland, die Begabtenförderung und die Entwicklungszusammenarbeit angeführt. Diese Aufgabe liegt nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 14. Juli 1986 im öffentlichen Interesse. In einem gemeinsamen Positionspapier stellen die parteinnahen Stiftungen im Juli 2011 ihr Selbstverständnis und ihre Aufgaben dar. An der Finanzmittelverwendung der politischen Stiftungen gibt es immer wieder Kritik des Bundesrechnungshofes. So habe, nach einem Bericht der Welt am Sonntag, die Hans-Seidel-Stiftung die Verluste, die beim Tagungs- und Hotelbetrieb entstanden sind, mit Steuermitteln beglichen. In demselben Bericht wurde festgestellt, dass das zuständige Finanzamt neben vielen weiteren steuerrechtlichen Beanstandungen der Buchhaltung der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung, von deren Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Gerhardt und dem damaligen geschäftsführenden Vorstandsmitglied Rolf Berndt eine Nachversteuerung von 85.000 Euro verlangt habe, da sie ihre opulenten Dienstwagen in Unerlaubter, weil fehlerhaft dokumentierterweise für private Fahrten genutzt hätten. Darüber hinaus wird bei politischen Stiftungen auch die Finanzierung von Auslandsreisen und damit verbundene Hotelkosten beanstandet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Schließlich steht auch die Subvention von Bildungsstätten in der Kritik. So konnte das Bundesverwaltungsamt einen Missbrauch der Hans-Seidel-Stiftung für die Tagungsstätten Wildbadkreuz sowie Klosterbanz nachweisen. Übergangsregelung falls eine Partei nicht mehr dem Bundestag angehört. So wird die ihr nahestehende Stiftung nur noch in der folgenden Legislaturperiode finanziert. Dies ist seit 2013 bei der FDP und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit der Fall. Rechtsform Der Rechtsform nach sind die parteinnahen Stiftungen, mit Ausnahme der Friedrich-Naumann-Stiftung, keine Stiftungen im eigentlichen Sinne, sondern eingetragene Vereine. Insgesamt beschäftigen die politischen Stiftungen weltweit 2000 Angestellte und unterhalten fast 300 Vertretungen und Büros im Ausland. Gewerkschaftsnahe Stiftung Von Aufgaben und Strukturen her einer parteinnahen Stiftung ähnlich ist die Hans-Böckler-Stiftung, die dem Deutschen Gewerkschaftsbund nahe steht und sich häufig mit Studien zu Arbeitsbedingungen in Deutschland in der Öffentlichkeit präsentiert. Parteinnahe Stiftungen auf Bundesebene Die Bemühungen der Partei Die Republikaner, eine Franz-Schönhuber-Stiftung als privatrechtliche Stiftung zu errichten, verliefen erfolglos. Stiftungsaufsicht und Gerichte begründeten die Ablehnung der Genehmigung damit, die geplante Stiftung gefährde das Gemeinwohl. Die Zahlungen an die sechs Parteistiftungen in einer Gesamthöhe von 466 Millionen Euro kamen von den aufgeführten Ministerien. Diese Zahlungen verteilen sich auf die einzelnen Stiftungen wie folgt. Die Stiftungen werden in einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik aus dem Jahr 1998 als diplomatische Hilfsgruppen bezeichnet, die eine Nebenaußenpolitik betrieben. Laut dieser Schrift gehe es bei den Stiftungen darum, im Ausland politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Eliten, denen eine besonders wichtige Rolle bei der Etablierung demokratischer und marktwirtschaftlicher Strukturen zukommt, zu fördern ein Ziel, dass die regierungsoffizielle Außenpolitik aufgrund einer auch durch fundamentale völkerrechtliche Normen gebotenen Zurückhaltung kaum in vergleichbar direkter Weise verfolgen könne. Folgt man den Autoren der DGAP, so wäre es zwar verfehlt, hinter allen möglichen wichtigen Entwicklungen und Veränderungen in anderen Staaten eine geheimdiensthähnliche Invisible Hand der Stiftungen zu vermuten, gleichwohl hätten diese an außenpolitischen Weichenstellungen entscheidend mitgewirkt, dass die Vielzahl der aus Bundesmitteln finanzierten Stiftungsprojekte sich faktisch zu einem bedeutsamen, wenn auch wenig sichtbaren und kaum schlagzeilenträchtigen Element deutscher Außenpolitik summiere, zeige, dass deutsche Machtpolitik nicht der Vergessenheit anheimgefallen sei. Parteinahe Stiftungen auf Landesebene Österreich In Österreich besitzen die parteipolitischen Weiterbildungsorganisationen der im Nationalrat vertretenen Parteien eine ähnliche Funktion wie die parteinahen Stiftungen in Deutschland. Die Förderung erfolgt über einen separaten Topf im Rahmen der staatlichen Parteienfinanzierung. Europäische Union Auch auf europäischer Ebene gibt es Stiftungen, die den politischen Parteien auf europäischer Ebene nahestehen. Diese werden durch die Europäische Union finanziell unterstützt. Die nationalen Parteistiftungen sind in der Regel Mitglied der entsprechenden europäischen Stiftung.